Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeforscht, was letzte Folge passiert ist, sozusagen. Ich hatte ja diesen Punkt erreicht, dass... Ähm... Ach, musst du mir immer reinquatschen. Also ich hatte ja den Punkt erreicht, dass sich das Telefon rausgesteckt hat und danach... ...war ich eine echte Person und sollte in die und die Richtung weitergehen und... Ich habe es nicht gemacht und dann ist mir das Spiel abgestürzt. Also es hätte eigentlich funktionieren sollen, dass ich einfach nochmal nach rechts gehe. Da hätte das eigentlich nicht passieren dürfen, habe ich jetzt rausgefunden. Trotzdem möchte ich das jetzt nicht direkt nochmal ausprobieren. Nein. Aber ich möchte mal... Ausprobieren, was passiert? Wenn ich springe und jetzt hör auf, mir reinzuquatschen. Jaja... Vielleicht sterbe ich aber auch einfach, ich weiß es nicht. Okay, vielleicht springe ich aber auch besser auf so ein Auto, ne? Ja. Waaah. Äh. Ja, das denke ich auch. Ich hatte sehr viel Macht. Das will ich nochmal probieren. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss einfach... Ja. Vielleicht merkt er das ja. Wie kommentiert das? Wup wup. Und los geht's. Wup wup. Ich bin viel zu schnell. Ja. Ja, ja. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Ich hab schon gemerkt. Boing. Waaah. 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 Also, diesmal springe ich natürlich nicht. Hä? Was sagst du? Was ist denn hier anders? Hat sich wirklich was geändert? Es hat sich doch gar nichts geändert, oder? Hm. Toll doch nicht. Hey. Jetzt hab ich schon wieder zwei, warum krieg ich nie drei? Und warum sagt er nichts mehr? Ich weiß. Ja. Hm. Ja. Genau. Ich weiß. Ja. Ja. Genau. Er ist tätig. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja, ja. Sie. Aber ich möchte gerne. Ja. 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 Mal sehen, was passiert, wenn ich nichts tue. Ok. Mal sehen, ob ich was an dem Ende dann ändern kann. Mal schauen. Ich möchte gerne nach links gehen. Nein, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Was? Aber ich will nicht. Lass mich durch! Ich weigere mich. Mann! Ganz bestimmt nicht. Lass mich raus! Ich würde sie gerne ins Gesicht schlagen, aber es geht nicht. Ich möchte nicht tun, was du mir sagst. Es geht nicht. 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 Mann! Es geht nicht. 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 Ich hasse das, wenn Dinge sich wiederholen. Und wieder und wieder, über und wieder, wünscht über die Hoffnung, dass es nie enden würde, dass er immer so frei fühlt. Wahrscheinlich gibt es eine Antwort auf einen neuen Weg, nicht wahr? Vielleicht, wenn er nur noch einmal spielt. Vielleicht. Ich weiß, dass das Leben der realen Leben ist. Und ich versuche ihm das, dass in dieser Welt, er kann niemals sein, dass er ein Observer ist. Dass als er hier bleibt, er wird sich langsam zu töten. Aber er wird mir nicht hören. Er wird nicht stoppen. Hier, watch das. Nein, mach ich jetzt auch nicht. Ach ja. Ich habe wirklich nicht vor, das zu tun. Ansonsten finde ich gerade ziemlich überflüssig, dass ich das Ende nochmal spiele. So war das Ganze nicht geplant. Hm. Naja, kann ja nicht immer alles gut laufen, ne? Mist. Oh. Ich möchte Sachen in Frage stellen. Ich möchte meinen PC bedienen. Ich möchte meine Bleistifte anspitzen und schreiben und zeichnen und tun, was ich tun will. Gut, Mann. Das ist ein doofes Ende. Mee. Ganz doof. Witzig nochmal. Uh. Hh. Bitte still. Ja, wir haben es kapiert, denke ich. Trotzdem. Moment. Moment. Welches Telefon klingelt? Was? Was? Okay. Moment. Gibt es in meinem Raum eine Sprachaufnahme? Wo ist die Melodie hin? Aber mein Licht blinkt. Das ist echt seltsam, aber andererseits, nein, es blinkt nicht, es leuchtet. Die Geräte sind an, die leuchten, ne? Sehr kurios. Was stimmt hier denn nicht? Der Sprecher ist gar nicht da. Moment, was ist hier los? Was zur Hölle? Was ist diesmal anders? Was ist passiert? Moment. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Hä? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Was wollte ich hier nochmal tun? Ich weiß nicht mehr, was ich tun wollte. Hm. Hm. Was wollte ich denn hier? Mist. Ich habe es vergessen. Hm. Hey, wer hat umgeschaltet? Hm. Hm. Everyone is here, you most of all. Awww. Warum sehen die dann alle so gleich aus? Hm. Warum passiert eigentlich nichts, wenn ich in diesem Raum bleibe? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich bin dafür, ich gehe hier wieder rein. Ist doch ein Besen. Nope. Mach ich nicht. Irgendwas davon hinten. Hm. Hm. Aber da ist ein Licht. Das ist doch bestimmt ein Grund, um da zu sein. Ich weiß. Ja. 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 Ich bin mit der Tür. Du. Ne? Bist du dir das sicher? Tchuuu! Vielleicht sag ich das sogar zu ihnen. Genau. Ich stehe sowieso voll auf Prostituierte. Das ist zumindest eine nette Theorie. Oh, das ist nett. Hm. Hm. Wenn ich das nicht tue? Dann passiert jetzt nichts mehr, wa? Hm. Ich glaube, diesmal passiert echt nichts mehr. Okay. Oh, wie ist das schon? Seht. Ah. Oh, Spielverderber. Gut. Sieht alles aus wie immer. Oh, was ist das für eine Tür? Ich will rein. Ich muss auf Klo. Mann. Dann halt nicht. Aber ich muss auf Klo. Okay, dann nicht. Hätte ja klappen können. Ich hab's gefunden. Oh, wie cool. Was ist das? Oh, das ist ja. Was ist das Schleim? Boah, was für ein Schweinchen, lassen alle Gläser stehen. Genau. Und deshalb kann ich's auch nicht eingeben. Warum konnte man gerade meine Maus sehen? Haha. Ja, ja, schon klar. Ich möchte nicht. Oh, hallo Kamera. Ist ja viel bei Portal hier. Hm. Mir fällt nichts mehr ein. Was? Und weiter geht's. Rein theoretisch. Was passiert, wenn ich einfach wieder zurückgehe? Ja. Ja. Ergert er sich dann. Ich muss nämlich immer noch aufs Klo. Na ja, dann nicht. Was passiert. Hier und da. Ich bin in der letzten Ecke des Raums. Aber ich kann nichts finden. Hm. Schade. Schade. Oh Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Ich weiß nicht weiter. Wie geht die Melodie weiter? Welche ist das überhaupt? Entschuldigung. Irgendwo ist das Mario, oder? Ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Warum kann ich nicht wieder hochfahren? Das wäre eigentlich voll nett. Moment, ne. Das hab ich ja schon mal getan. Hm. Andererseits hab ich das hier ja auch schon mal getan. Oh. Oh. Nope. Darf ich nochmal wieder zurückgehen? Nein. Na dann. Ja. Ist okay. Lass mich einfach weitermachen. Lass mich einfach weitermachen. Neeee. Hm. Also bin ich etwas genervt. Ich möcht nicht immer alles wiederholen. Nein. Never. Oh man. Ja. Ja. Da war es das offline. Never. Ja ja. Mach ich. Bestimmt. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Oh. Oh je. Ich kann ja nicht drücken. Kann ja wohl nicht angehen. Zehn. 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 Hm. Hm. Hübsche Melodie, nicht wahr? Es gab doch mal diese Knöpfe hier. Ja. Es waren dann eins. Zwei. Drei. Drei war irgendwo hinter. Vier war glaube ich da oben. Ich kann nämlich immer noch nicht glauben, dass da nichts passiert, wenn ich das so mache. Eins. Zwei. Moment. Was ist das? Schade. Hm. Ah ja. Vier. Fünf. Was ist da unten? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, wofür das gut ist. Hm. Fünf. Und hier auf den Scheitern irgendwie noch sechsen oder so. Zehn. Hm. 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 Hm, 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 hm. Mom? Hm. Hm. Für irgendwas muss doch diese Duel gut sein. Jetzt fängt auch noch das Spiel an zu ruckeln. Hm. Hm. Mich nervt auch, dass ich den nicht betätigen kann. So. Äh, doch. Genau das hab ich getan. Wartet mal kurz. Kann es sein, dass mein Spiel gerade ein bisschen abspackt? Ich glaube, das darf nicht so sein. Spiel bitte stirb nicht. Ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ähm, mal sehen. Ich weiß nicht, wo dran es liegen könnte. Okay. 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 Warum wiederholst du dich? Ich kann nicht mal ordentlich spielen gerade. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte mittendrin speichern. Was? Was? Really? Okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Ich weiß. Oh, okay. Warum hat er das nichts? Was? 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 Okay. Was? Nein, ich finde den blauen Knopf nicht! Ah, ich soll die drei drücken! Wisst ihr, drei ist da! Ah! Ich sehe keine... Ah! Warum eins? Meh! Ääh! 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 Das ist nicht lustig. Das wird eine ziemlich lange Folge gewesen sein, oder? Ich frage mich gerade, ob man das schaffen kann. Naja, vielleicht finden wir das bei der nächsten Folge heraus. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Bis demnächst. Ciao.